Hey liebe Community, es gibt im Internet einige rechtliche Fallstricke, die uns alle betreffen können. Ich möchte euch heute kurz und prägnant darüber informieren. Urheberrecht. Jedes Bild, jeder Text und jedes Video hat einen Urheber. Ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers darfst du diese Inhalte nicht einfach teilen oder verwenden. Das kann teuer werden. Persönlichkeitsrecht. Fotos oder Videos von Personen darfst du nicht ohne deren Zustimmung veröffentlichen. Selbst wenn du das Foto selbst gemacht hast. Datenschutz. Achte darauf, keine persönlichen Daten anderer ohne deren Zustimmung zu teilen. Das gilt besonders für Fotos, auf denen Personen erkennbar sind. Oder für Informationen, die Rückschlüsse auf die Identität einer Person zulassen. Rechte an KI erstellten Inhalten. Auch wenn ein Bild oder Text von einer KI erstellt wurde, hat es Rechte. Wer diese Rechte hält und ob du den Inhalt teilen darfst, ist oft unklar. Also Vorsicht. Lizenzbedingungen. Es gibt Bilder und Inhalte, die du unter bestimmten Bedingungen nutzen darfst. Lies immer genau die Lizenzbedingungen durch und halte dich daran. Plattformspezifische Regeln. Jede Plattform, sei es Facebook, Instagram oder YouTube, hat eigene Nutzungsbedingungen. Diese können sich auf die oben genannten Punkte auswirken, also mach dich auch hier schlau. Zusammengefasst. Im Internet ist nicht alles erlaubt, was technisch möglich ist. Schütze dich selbst und respektiere die Rechte anderer. Sei immer informiert und handle verantwortungsbewusst. Wenn du mehr solcher Inhalte sehen möchtest, hinterlasse ein Like und abonniere meinen Kanal.